Moin moin Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video werden wir uns gemeinsam die heißesten Coins anschauen, denn auch dieses Format, was ich vor einigen Tagen gemacht habe, kam sehr sehr gut bei euch an und dieses Format möchte ich gerne mit dir auch wiederholen und zwar schauen wir uns die Coins an, die aktuell im Fokus ist bei der ganzen Community weltweit und zwar gehen wir auf CryptoRank.io und dort sehen wir die Coins, die in den letzten 24 Stunden am häufigsten aufgesucht worden sind, also ein hohes Suchvolumen soweit aufweisen und das wiederum bringt uns dazu, auch genauer zu schauen, ob wir vielleicht die einen oder anderen Diamanten auch darin finden und gucken, warum es eigentlich ziemlich viel Aufmerksamkeit bei Kryptowährungen XY und da werden wir natürlich einen Blick reinwagen und gucken, warum eigentlich jetzt diese Coins am häufigsten gesucht werden. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß mit diesem Video und wenn dir mein Kanal, wenn dir diese Art von Content gefällt, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben, supportet mich an dieser Stelle und wenn du noch nicht abonniert bist, tu es gerne, du wirst es nicht bereuen, hoffentlich. Und ich würde mal sagen, wir springen direkt rein und zwar zu den heißesten Coins aktuell im kompletten Crypto Space, da fängt mir eine Sache auf. Wir haben hier natürlich auch die Ränge und warum ist eine Kryptowährungsprojekt wie Cellframe, der gerade auf 926 ist im Rang, einfach mal am häufigsten angeklickt. Und da schauen wir natürlich mal rein, was genau soweit spannend an dieser Kryptowährung ist und Cellframe ist eine quantenresistente Layer-1-Netzwerk, der sich darauf konzentriert, sichere und skalierbare Cross-Chain-Übertragung zu ermöglichen. Hui, das ist aber sehr, sehr spannend. Also da sehen wir auch im ersten Blick, dass einige Venture-Kapitalgeber mit in diesem Projekt sind und das ist natürlich krass. Und an dieser Stelle stellt man sich zu Recht die Frage, brauchen wir eigentlich quantenresistente Kryptowährungen? Und meiner Meinung nach nein und da wäre wiederum eine logische Gegenantwort. Aber Hugo, es gibt doch Quantencomputer. Warum brauchen wir keine Quantenkryptowährungen? Ja, es gibt Quantencomputer, aber die sind tatsächlich dumm. Die haben die Leistung, die haben die Power, ohne weiteres eine Blockchain zu knacken. Aber du kannst dir das wie folgt vorstellen, dass so ein Quantencomputer nicht vergleichbar ist wie die Rechner, die wir benutzen oder ein Mac benutzen mit einem Betriebssystem, wo wir ohne weiteres auf Java, auf Rust, auf Solidity irgendwelche Programmiersprachen verwenden können, um irgendwelche Skripte auszuführen. Das funktioniert bei Quantencomputern erstmal noch nicht, weil du kannst dir das so vorstellen, dass jeder Quantencomputer blind ist und du müsstest ihm quasi eine Karte in die Hand geben, damit dieser Quantencomputer genau weiß, in welche Richtung er gehen müsste. Und die jetzigen Quantencomputer, die haben meist nur eine Aufgabe. Und sie haben diese eine Aufgabe natürlich mit super viel Power, können sie das lösen oder können sie irgendwelche Formeln berechnen, wie auch immer. Aber mittlerweile ist aus der Coding-Perspektive eine Blockchain zu knacken, also um konkret zu sein, ein Public Key in der Hand zu halten und so auszuwerten und zu analysieren, dass der Private Key ausgespuckt wird. Und das wäre nämlich auch im Rahmen dessen, das Hacken der Blockchain oder so eine große Hashing-Power zu leisten, dass du mehr als 51% des Netzwerkes und des Pools besitzt und somit auch Doppelspending betreiben kannst. Das wäre quasi das Hacken einer Blockchain. Und mittlerweile ist mit den jetzigen Quantencomputern, die wir haben, genau diese Art von Hacking nicht möglich, soweit ich das weiß. Das wird erst in den nächsten 10 bis 15 Jahren der Fall sein, weswegen quantenresistente Kryptowährungen, nein danke, braucht man erstmal nicht. Aber natürlich zu Recht, ja, also viele sind ja auch besorgt, was ich auch verstehen kann, weil einfach die Zukunft jetzt ohne weiteres unvorhersehbar ist und jeder irgendwo so ein Stück weit auf das richtige Pferdchen setzen möchte, aber okay. So, wir haben Osmosis. Osmosis ist auch ein wunderbares Projekt, was ich liebe, denn es ist ein Projekt, was im Kosmos hat angesiedelt. Und Osmosis hat aktuell jetzt einen Riesenpump. Warum, kann ich tatsächlich sagen, ohne in die News zu gucken, denn Osmosis wurde via Binance in die Innovation Zone mit aufgenommen und wird nämlich dort auch gelistet. Und in dem Punkt ist natürlich dieser Pump auf diese Information zurückzuführen. Was ich im Übrigen sehr, sehr begrüße. So, wir haben natürlich auch AppDOS. AppDOS ist auch ein Projekt, was ich so ein bisschen im Research mich aktuell befinde. Ob ich, ich weiß noch nicht so ganz, ob das was werden kann oder nicht, aber da lasse ich natürlich erstmal mein Geld so weit drin, weil einfach jetzt so ein Stück weit die Ergebnisse noch nicht da sind. Also, viele sagen, ja, die Tokenomics, die sind, oh, die Tokenomics sind so undurchsichtig und ich lasse lieber mein Geld davon. Ist ja auch alles vollkommen okay. Jeder darf es tun und lassen, wie er möchte. Aber für mich sind die Tokenomics nicht gerade so wichtig. Denn ja, die Investoren halten sehr, sehr viel, aber letztlich sind auch diese Investoren, wenn du in der Pre-Seat-Runde dabei warst, sind die Wallets auch für vier Jahre gesperrt. Deswegen hat man erstmal vier Jahre Zeit, um zu gucken, ob dieses Projekt performt. Und ich glaube, ich möchte erstmal abwarten, ob die einzelnen Meilensteine auch erfüllt werden. Denn versprochen sind 180.000 TPS die Sekunde, auch aktuelle TPS von, wo steht denn das hier nochmal? Es stand doch hier irgendwo, genau, da 16, 16 TPS die Sekunde. Gut, vor einer Woche, vor zwei Wochen waren es vier, was ich ja sehr, sehr gut finde. So, wenn wir jetzt die nächsten Tage immer weiter in die Steigerung haben, dann wäre ich auch schon dankbar und auch glücklich. So, The Open Network, was ist das eigentlich für ein Projekt? So, Open Network ist die nächste Generation, der darauf abzielt, alle Blockchain das beste im Internet zu vereinen. Uiuiui, Interoperabilität ist hier das Stichwort. Und komischerweise kenne ich dieses Projekt gar nicht. Wo wird denn das gehandelt? Ich gehe noch nicht an Tier-1-Börsen, also wenig Tier-1-Börsen. So, welche, gibt es irgendwelche News, die jetzt auf die hohe Schlagzahl an Suchvolumen irgendwie hinführen könnten? Hm, mittlerweile nicht. Aber generell ist ja auch das Thema Interoperabilität bei vielen, sollte das Thema ganz weit oben auf der Agenda sein. Weil Interoperabilität ist, ja, die Zukunft, ja, von Krypto, würde ich jetzt mal sagen. Weil viele Kryptowährungen haben wunderbare Anwendungsfälle. Aber es wäre natürlich stark, wenn diese Anwendungsfälle, oder es wird so sein, dass diese Anwendungsfälle irgendwann mal zusammengeführt werden. Und damit du einfach eine OG-Blockchain oder OG-Kryptowährung hast, wo einfach alle möglichen Anwendungsfälle ablaufen, wo die Kosten günstig sind, wo du es skalieren kannst, wo die Sicherheit auch hoch ist. Und das brauchen wir aktuell. Mittlerweile gibt es sowas nicht. Die Interoperabilität ist ein, gerade ein, 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 in einem Proof-of-Concept-Themengebiet. Ja, auch Overledger, Quant beschäftigt sich viel mit der Interoperabilität. Natürlich auch mit dem Quant-Network. Und mittlerweile wird es aber erst massentauglich, wenn alle Unternehmen, oder wenn einige Unternehmen es nutzen und es auch wirklich funktioniert. Und es gibt natürlich die ein oder anderen Indizien dafür, dass die ersten Tests erfolgreich waren. Wir sehen es beim Cosmos Hub, wir sehen es bei Polkadot, wir sehen es bei Quant-Network. Jeder konzentriert sich auf unterschiedliche Stärken und Schwächen. Aber letzten Endes sind diese drei Währungen auch dafür da, um die Interoperabilität so ein Stück weit zu begünstigen. So, dennoch sollte man tatsächlich es nicht mal im Hinterkopf behalten. Und finde ich auf jeden Fall spannend. Dogecoin, ja, natürlich, dieser Pump führt auf folgende Ereignisse zurück. Und zwar jetzt vormont die ganze Community komplett rein, weil Elon Musk Twitter übernommen hat. Und das sehen wir hier, das massiv, also was für ein Volumen, ey, Mann, Mann, Mann. Da passiert Monat oder Woche für Woche nichts und auf einmal, bumm. Also das heißt, letzten Endes, wenn wir so eine Seitwärtsbewegung haben, heißt es nicht, dass dieses Projekt unterperformt. Ich glaube, da warten einfach die Leute nur darauf, bis eine Initialzündung passiert, um ihre ganze finanzielle Kraft in diese Kryptowährung zu stecken. Und letzten Endes hat sicherlich an diesem Punkt oder an diesem Punkt für viele Community-Mitglieder den Anschein gehabt, dass Dogecoin nicht so performt und dass Dogecoin auf Zero sinkt. Und da hat es wirklich nur an einer Initialzündung gefehlt, um letzten Endes auch die finanzielle Kraft eben auch sich zu entladen. Was ich sehr, sehr stark finde und beflügelt natürlich auch so ein Stück weit Krypto. So, wir haben Polkadot, natürlich Interoperabilität ein ganz, ganz starkes Thema. Wenn ihr euch fragt, welche Projekte eigentlich in der Interoperabilität tätig sind, Cosmos, Polkadot, Quant Network bzw. Quant QNT oder The Open Network. Aber ohne Gewähr, do your own research. Ganz, ganz wichtig. Auch Optimism hat tatsächlich in den letzten Tagen ordentlich zugelegt. Das habe ich hier gesehen. Ordentlich von 65 Cent auf 1,19 Dollar. Da muss 100 pro irgendwas passiert sein, damit diese Kryptowährung komplett durchdreht. Und zwar, was hier ist, was die Technik sagt. Könnte gleich Erholung, bla bla bla. Können die Bullen 1 Dollar brechen? Haben sie gebrochen? Ende des Kryptowinter, Investmentfonds, CEO zeigt Optimism. Ja, wahrscheinlich können wir es tritt in Ethereum, Foundation Buy, Optimism zur Verbesserung. Okay, anscheinend gibt es da eine engere Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern. Und das rechtfertigt natürlich auch diesen hohen Preisanstieg. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mal die aktuellen heißesten Kryptowährungen so ein Stück weit mal zu researchen, zu gucken, ob vielleicht im ersten Moment interessante Gedanken aufkommen oder nicht. Also das ist jetzt an dieser Stelle nicht einstudiert oder vorher geübt, sondern das ist einfach live meinerseits mit ganz, ganz freien Gedanken meine Meinung dazu. Und mich würde mal interessieren, wie du dazu stehst. Ob du vielleicht sagst, ey, in einer dieser Krypto-Projekte hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Schreib das mal gerne in die Kommentare oder vielleicht fallen dir andere News ein, die ich jetzt nicht erwähnt habe an diesem Punkt. Ich kann auch nicht überall researchen und News konsumieren, sonst würde ich ja auch verrückt irgendwann mal gehen. Aber wie immer hat mir das natürlich viel Spaß bereitet. Und ich würde mal sagen, schreib deine Gedanken gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Ciao, ciao.